Dieses Land ist wild und wunderschön. Fast wie die Gegend, aus der mein Volk ursprünglich stammt. Ja, wir Tauren hatten immer großen Respekt vor den Werken von Mutter Erde. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in den Ebenen zu leben, junger Kriegshäuptling. Vielleicht, aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Cairn. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Cairn, die Kodos sind überlastet und müssen ausruhen. Warum bleibt ihr nicht hier, die Karawane zu schützen, während wir eine geeignete Oase suchen? Ha, mich müsst ihr nicht bemuttern, Junge. Ich bin vielleicht alt, aber nicht hilflos. Die Geister sind ruhelos. Ja. Also weiter. Für die Ehre. Ich bin der Kriegshäuptling. Dabu. Verteidigungsstellung einnehmen. Lokta, Oga! Niemand stellt sich uns entgegen. Die Geister sind ruhelos. Die Geister sind ruhelos. Lokrega, Oga! Die Geister sind ruhelos. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden. Niemand wird überlebt gehen. Ja. Sie sollen die Tau nicht unvorbereitet finden. Lokrega, Nogal. Für Doomhammer. Dabu. Was ihr wohl? Also weiter. Niemand wird überleben. Oh. Die Geister sind ruhelos. Die Centauren sind zurückgekehrt. Wir werden angegriffen. Sind ruhelos. Lokner, rasch! Ja. Dabu. Ja. Ja. Für die Ehre. Hm. Also weiter. Für die Ehre. Die Marodeure greifen wieder an. Steht auf und kämpft, meine Brüder. Ich bin der Kriegshäuptling. Lokrega, Nogal. Also weiter. Wir werden angegriffen, heißt er. Dabu. Lokrega, Nogal. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister. Sie haben uns. Wen soll ich töten? Lokrega, Nogal. Ich bin der Kriegshäuptling. Dabu. Für Doomhammer. Lokrega, Nogal. Die Geister sind ruhelos. Also weiter. Wir werden angegriffen. Was ihr wolle. Die Geister sind ruhelos. Was? Ja. Ja. Also weiter. Ich bin der Kriegshäuptling. Wir werden angegriffen. Was soll ich tun? Also weiter. Eure Zeit ist gekommen. Ich bin der Kriegshäuptling. Also weiter. Lockner. Lockner rasch. Für Doomhammer. Lokrega. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Für die Ehre. Eure Zeit ist gekommen. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Lockrega, Nogal. Die Geister sind ruhelos. Also weiter. Dabu. Für die Ehre. Was? Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Ich bin der Kriegshäuptling. Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Ah. Was soll ich tun? Die Geister sind ruhelos. Hm. Also weiter. Für Doomhammer. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Also weiter. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Für die Ehre. Für die Ehre. Für die Ehre. Wir werden angegriffen. Die Geister. Sromka-Krieger. Ihr seid von den Warsongen, richtig? Ja, Kriegshäuptling. Hellscream schickte unsere Gruppe aus, euch zu suchen. Aber wir wurden beim Angriff der Pferdemenschen getrennt. Seid unbesorgt. Wir finden sie. Trinkt erst einmal aus dem Teich. Die Geister dieses Ortes werden euch wieder stärken. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Ich bin der Kriegshäuptling. L'Oprega L'Ogall. Die Geister sind ruhelos. Wen soll ich töten? Ich bin der Kriegshäuptling. Also, weiter. Dabu. L'Oprega L'Ogall. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Sind Kodos. Niemand wird überleben. Ich bin der Kriegshäuptling. Wollen soll ich werden? Was soll ich tun? Die Geister sind ruhelos. Meister. Squawbu. Zuckzuck. Ich bin der Kriegshäuptling. Niemand wird überleben. Also, weiter. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Wen soll ich töten? L'Oprega L'Ogall. Wollen soll ich gehen? Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Dabu. Für die Ehre. Ja. Für die Ehre. Lockrega L'Ogall. Was? Klar. Also, weiter. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Für die Ehre. Dabu. Hm. Dabu. Wir werden angegriffen. Die Geister sind ruhelos. Wen soll ich töten? Also, weiter. Zeit zu töten. Meister. Zeit zu sterben. Was ihr wolle. Zuckzuck. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Ja. Was soll ich tun? Klar, Mann. Also, weiter. Eure Zeit ist gekommen. Ich bin der Kriegshäuptling. Dabu. Dabu. Lockrega L'Ogall. Dabu. No. Die Geister sind ruhelos. Wohin soll ich gehen? Also weiter. Ja. Die Geister sind ruhelos. Ihr werdet angegriffen! Haltet die Formation! Die Konos müssen beschützt werden. Weiß! Was habe ich tun? Klar, Mann. Lock, Regal, Nogal. Ich bin der Kriegshäuptling. Weiß da? Also weiter. Grüße, Kriegshäuptling. Wie können wir euch dienen? Hallo? Die Geister sind ruhelos. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Kann ich euch helfen? Ich bin der Kriegshäuptling. Lock, Regal, Nogal. Also weiter. Hallo? Die Geister sind ruhelos. Lock, Regal, Nogal. Für die Wehre. Ich bin der Kriegshäuptling. Haltet die Formation! Die Konos müssen beschützt werden. Beistand. Suck, Suck. Squabu. Lock, Tar. Squabu. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Reiten wir. Also weiter. Dabu. Niemand wird überleben. Ja. Lock, Regal, Nogal. Die Geister sind ruhelos. Lock, Regal, Nogal. Dabu. Ja. Dabu. Die Geister sind ruhelos. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden. Was ihr wolle. Lock, Regal, Nogal. Sagt das Zauberwort. Kein Problem. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Also weiter. Dabu. Endlich die Oase. Wir werden angegriffen. Katapulte der Warsong. Die könnten nützlich sein. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Dabu. Die Geister sind ruhelos. Reiten wir. Her. Komm, Schwestern. Zu lange haben wir kein Fleisch von Fremden mehr gekostet. Davon würde ich abraten, meine Damen. Wenn meine Wolfreiter euch am Boden haben, habt ihr kaum Chancen gegen uns. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Lock, Regal, Nogal. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Lock, Regal, Nogal. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. Lock, Regal, Nogal. Ich bin der Kriegshäuptling. Lock, Regal, Nogal. Her. Auf, Lockdard. Zeit zu sterben. Oh. Also weiter. Sag das Zauberwort. Lock, Regal, Nogal. Ich bin der Kriegshäuptling. Also weiter. Was ihr wolle. Squawu. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Lock, Regal, Nogal. Haltet die Formation. Ikonos müssen beschützt werden. Für die Ehre. Lock, Na rasch. Ja. Auf, Lock. Die Geister sind ruhelos. Ja. Hm. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Also weiter. Reiten wir. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Die Geister sind ruhelos. Wir werden angegriffen. Ja. Lock, Regal, Nogal. Die Geister sind ruhelos. Hm. 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 Also weiter. Hm. Oh, Lock, Dar. Dieser Pass führt direkt nach Malgo. Aber ich fürchte, die Karawane wird überfallen, ehe sie die andere Seite erreicht. Haltet die Formation, die Kodos müssen beschützt werden. Ich bin der Kriegshäuptling. Ah. So. Ich bin der Kriegshäuptling. Oh. Zeit zu töten. Was ihr wollt, Zuckzuck. Dabu, Loktar. Warum? Lokrega, Nogal. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Ich bin der Kriegshäuptling. Weißt du? Also weiter. Dabu. Die Geister sind ruhelos. Also weiter. Loknar, rasch! Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Leister, Squaboo. Also weiter. Dabu. Für die Ehre. Die Geister sind ruhelos. Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Die Geister sind ruhelos. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. Also weiter. Kern. Die Karawane wird es niemals rechtzeitig schaffen. Soll Mutter Erde in ihrem Zorn mit diesen Schurken verfahren, wie sie es verdienen? Die machen uns keinen Ärger mehr. Und ihr, junger Kriegshäuptling, könnt eure Suche fortsetzen. Zum Orakel. Was ist es eigentlich? Der Legende zufolge sah es, wie Mutter Erde die Schicksalsfäden wogen. Es allein kann euch euer Schicksal zeigen. Wo kann ich es finden? Weit im Norden, im Schatten des Berges Haichal, liegt der Gipfel Stone Talon. Ihr findet das Orakel in der Höhle des Gipfels. Ich gebe euch meine besten Kodos zu eurer Unterstützung. Habt Dank, Kern. Ich werde euch nie vergessen. Siehe den Ehren, junger Kriegshäuptling. Möge Mutter Erde euch wohlgesonnen sein. насколько ihr von mir und dann macht das, so etwas glatt. Wir nehmen uns an. Ich werde euch einfach bestatten. Vielen Dank.